Black Arrow will unsere kleine Party stören. Ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen. Sie versuchen über dich nur an mich ranzukommen. Jetzt bin ich beleidigt. Du musst sie ohne großes Aufsehen ausschalten, damit wir reden können. Ganz was Neues. Ich mein's ernst, Sam. Wenn diese Typen oder die Leute dich sehen, las ich das Treffen ab. Mach schon. Du hast ihn gekauft und nicht benutzt. Das ist dein Problem, nicht unseres. Eine winzige Ausnahme. Nein, Umtausch ausgeschlossen. Nein, das geht nicht. Kreck dran, Männer. Kopf ist nicht das Ziel, nur der Köder. Ihr wartet, bis er uns zu Fischer geführt hat. Dann macht ihr Meldung und ich schicke die Verstärkung so lange an die Kopf. Verstärkung? Gut. Hallo? Was? Wo? Die letzte Chance für den Hauptgewinn, Jungs. Die letzte Chance, die Damen zu beeindrucken. Komm schon mal, ihr macht euch alles zu. Kommt her! Lass mich nochmal ein. Kommt her und versucht es, wenn ihr euch traut. Mann, du hast da doch locker tausend Stofftiere. Komm, gib mir einen zweiten Mal. Der Chefe fährt uns nie abgesprochen. Wie geht's noch verlangt? Kannst du auch versuchen, wie du nennst? Und dann gibt es ein Liebeser. Aber ich habe das Finde ein Traum in das Trommel-Ziel gesteckt. Das Geld werde ich jetzt ja wohl nochmal für Lauf versuchen dürfen. Du Todesnehmer. Du darfst es nochmal versuchen. Warum verfolgst du mich? Ich... Hab ich gar nicht gemacht. Ehrlich. Erzähl mir von Victor Kost. Das ist irgend so ein Typ. Ich... Bitte... Mehr weiß ich nicht. Nein, das stimmt nicht. Was muss ich machen? Ganz einfach. Drei Dollar krass. Ach komm. Nicht nur das. Sheila ist auf einem Gesundheitstrip. Ich bekomme zu Hause nichts Leckeres. Nur Sprossen und Tofu. Ach, du Ärmste. Ich meine, natürlich ist deine gesunde Ernährung wichtig. Mit Herd, die ist wie die Verdammte. Letzte Fahrt! Die letzte Fahrt! Die beste Fahrt des Abends! Ach, was rede ich denn da? Die beste Fahrt des Jahres! Nur drei Dollar! Drei lausige Dollar für die Fahrt eures Lebens! Nur drei Dollar! Das ist die beste Fahrt des Abends! Das ist klasse! Ich auch! Haben Sie ein Problem! Ach, echt? Das ist klasse! Ich auch! Nein! Nein! Bestimmt nicht! Nein! Diesmal nicht! Nach links, Alter! Nach links! Das ist maul, Mann! Ich muss mich konzentrieren! Du wirst es versauen, Mann! Nach links! Warum sollte ich... Nein! Auf der linken Seite... Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht wahr! Natürlich nicht! Nein! Nein! Na, und? Weiß nicht! Sieht irgendwie gefährlich aus! Ach, komm schon! Machen wir bald zu! Versuchen wir es! Riskier mal was! Hör zu! Ich mag so schnelle Sachen nicht, okay? Du wirst keine Angst haben! Ich beschütz dich doch! Ach, ich gucke mal was! Vor der Flieger? Die letzte Chance für den Ausgewinn, Jungs! Die letzte Chance! Lass mich noch mal! Lass mich noch mal! Lass mich noch mal! Mann, du hast doch noch locker tausend Schropp hier! Komm, gib mir einen Preis für dich! Dein Fette fährt das nie! Versprochen! Wie gesagt, wenn du das bist, kannst du auch versuchen, wie du willst! Umso? Ja, aber, ey! Ich hab bestimmt 30 Moll den Blödelstiel gesteckt! Das Reset ist ja wohl noch mal für Lauf und zu stören! Es ist nur ein Schuldesnimmer! Wir lassen noch mal! Lass mich noch mal! Lass mich noch mal! Und weißt du was? Scheiße! Na, suchst du mich? Mist! Sie sind Fischer! Tun sie mir nichts! Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ah! 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 Genau meine Liebe! Ah! Untertitelung. BR 2018